Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Wir sind, ja, eigentlich das letzte, was wir so noch machen können, die Fragezeichen, um die letzten Steinkreise zu finden. Die letzte Mission, die wir haben, die Steinkreise, und um die zu finden, werden wir die ganzen Fragezeichen abklappern. Und genau dahin sind wir auf dem Weg. Danke. So. Pferd, wo bist du? Da bist du. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Einen weiteren Schatz. Wer hätte damit rechnen können? Sehr, sehr. So. So, bist du was merkst, bist du tot. Zack. Bist du schon müde? Hab dich. Ich werde... Ich würde mal sagen, dunkel laufen. Ups. Er hat die Schatztruhe verbrannt. So. Jetzt haben wir hier ein goldenes. Und das schauen wir uns an. Mal schauen, was wir dort haben. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Oh. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Wirst du was wir jetzt mal machen? Wir machen erstmal von der Sphinx ein Foto. Aber nicht so. Warte mal. Bayek, du stellst dich mal mit Pferd. Wow. So. So. Äh, lass uns mal kurz gucken. Kamera, Kamera, Kamera. So. Machen wir einfach mal ein Foto. An der Sphinx. Kann auch die Schärfe und sowas einstellen. Okay. So. Seit wann kann man sowas denn machen? Ihr Brennpunkt, ja? Oh. Ach, das ist ja geil. Man kann die Schärfe einstellen. Das ist ja cool. Ging das schon immer? Äußerst. Egal. Okay, warte mal. Machen wir mal eins ohne... Ach, das ist doch das, wo ich nicht weiß, wie man hinkommt. Machen wir mal eins ohne Bayek davor. Einfach weil... So. Hier. Ein Foto. Von der blöden Sphinx. Warum nicht? So. Okay. Aber genau. Das war das, wo ich nicht weiß, wie man hinkommt. Der hier unterhalb. Äh. Das war das. Okay, warte mal. 10 Uhr. Wo ist hier irgendwo ein Eingang? Das gibt's doch nicht. Ach, das ist dies. Hier haben wir schon mal gesucht. Ein verborgener Eingang? Ach. Wie konnte ich den übersehen? Na komm. Toll, jetzt lande ich da durch. Bayek. Es geht... Nein. Och. Es kommt schon. Danke. Ich... Alter. Ja, wie konnte ich den übersehen? Aber wir entfernen uns gerade. Kann ich das hier anzünden? Mal schauen, ob wir von hier... da irgendwie hinkommen. Ah, eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Ja. Zack. Runter hier. Wir entfernen uns gerade immer weiter. Das gibt's noch nicht. Aber... Vielleicht kommen wir ja wieder... Vielleicht kommen wir ja wieder dahin. Da. Hier waren wir ja schon mal. Ja. Ja, hier waren... Verdammt. Hier waren wir schon. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich denn hier weiter? Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich hier wieder hochklettern? Würde ich mal behaupten. Das bringt mir aber genau gar nichts. Doch, da komm ich auch hoch. Ich muss doch nach unten. Hä? Mal los. Was? Wie hier? Hier. Was ist das? Was ist hier eigentlich irgendwas, weil ich hier alles anzünde? Bin ich sowas nicht? Hier ist doch nichts verdammt nochmal. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin so knapp davor. Wie komme ich denn dahin? Das kann doch nicht sein. Da fehlt noch was. Das sieht aus, als würde hier irgendwas passieren, wenn man alle... Alle... Okay, wartet mal. Gut, ich muss weiter nach unten, aber ich komme so nicht nach unten, also gehe ich nach oben. So. Hopp. Hopp. So. Jetzt entferne ich mich wieder immer weiter. Hier war ich schon. Jetzt bin ich wie am Anfang. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie kommt man denn da hin? Hier wollte ich jetzt gar nicht runter. So. Ja, hier war auch nur ein Schatz. Ahaha. Wie kommt man denn dahin? Das kann doch... Kann doch nicht sein. Hier ist Ende. Hier ist Ende. Hier ist Ende. Gut. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich wäre hier. Oder... Oder... Oder man kommt hier erst weiter, wenn man hier sonst alles... Wenn man das hier alles hat, kann das sein, dass man dann erst hier weiter... hier weiter nach unten kommt. Könnte das sein. Dann... Dann würde ich sagen, heben wir uns das hier mal auf. Bis wir den Rest alles gefunden haben. Und schauen dann nochmal. Ich weiß jetzt, wie man hier reinkommt. Haha. Okay. Ich würde sagen, das machen wir. Weil ich komme so im Moment... Sehe ich hier nicht, wie ich weiterkomme. Zack. Hopp. Also erstmal... Raus hier. Okay. Ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Naja. Jetzt wissen wir das wenigstens auch. Und können weitergehen. dann... Hopp. 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 Oh. So. Und raus hier erstmal. Gut. Das heben wir uns also mal auf. Dann gucken wir hier weiter. Hier haben wir nicht auch noch was? So. Dann... Jetzt werden wir die Sphinx nochmal aufsuchen. Wenn wir alle anderen... Stern... Dinger gefunden haben. Oder... Wenn ihr wisst... Wo es daher geht, dann... Schreibt das doch mal in... In die Kommentare. Weil ich weiß es nicht. Oh. Hier haben wir noch viele. Meine Güte. Da. So. Blub, blub, blub. Da ist er. So. Ey Pferd bleib hier. Gut. Das war das. Dann... Das. Und dann das. Hopp. Ups. Die leben ja noch. Ich dachte ihr werdet tot. Moment. Hab ich hier schon wieder etwas Neues? Ne. Aber... Ne. Erst das. Ne. Warte. Wir machen erst das hier. Wir machen erst das hier. Erst das. Da war auch wieder eine Schriftrolle, oh man. Hier hätten wir schon lange sein können vom Level her. Nun gut, ist halt ein bisschen einfacher jetzt. Hi. So. Lasse, jetzt muss ich ja... Warte mal, wie viel haben wir hier? Oh Gott. Okay. Also das, dann das. So. Naja, früh ist eh zu langsam. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Tschüss. Zack. Das nächste Gesicht, das du siehst, drücken. Nein. Nein. Hast du nicht. Gut. Das wäre das. Was? Ich bin stark. Rauch weg hier! Was? Stoppt ihn! Was du nicht sagst. So. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Da haben wir gerade doch statt dem Typ das Pferd getroffen oder sowas. Das geht ja mal gar nicht. Und dann. Da hinten hin. Und weiter geht's! Ruhig das wilde Land. mal gucken wo uns die reise jetzt hinführt zack immer diese wilden Katzen bist du da bist du ja wir müssen eine Schriftrolle abholen so und Schatz gibt es hier auch noch in der Nähe herzlichen Glückwunsch Ups was mache ich eigentlich schon wieder für ein Quatsch wo ist er da ist er kann ich irgendwo runterspringen oder bin ich schon tot ich lass das lieber so so hier ist er brennender Busch wenn du zum anderen Ufer des Nils im Nomos Inepedji gehst findest du einen Gipfel mit einem großartigen Ausblick auf den Fluss sieh dich um dann komm und finde mich ich verstecke mich unter dem einzigen Baum in der Umgebung hier haben wir direkt noch einen da ist direkt noch einer Entschuldigung Erstiger höp wie wie der ist Interessante Musik Wollen wir mal schauen wo der ist Da waren erstmal Kogodile Naja, darf ich sie nicht rein? Achtung Bail, du bist im Tempel, Alter! Da ist ein Schatz Da ist er Wo ist sie? Ich hab die gerade markiert Ja Okay, irgendwo hier Die ist irgendwo da drin Na toll, kann ich da jetzt rein Ach, herrje Die ist irgendwo da drin Na super Wollen wir jetzt erstmal den Schatz davor an Und da müssen wir mal gucken, wie er das Irgendwie da drin, das kann doch nicht sein Hmm 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 Was ist das? Tja, wie kommt man da jetzt rein? Das ist halt irgendwie erstmal rausbekommen. Okay. Da ist sie. Hä? Wartet mal. Wieso ist denn die jetzt auf einmal hier? Mein Freund, wie abgemacht habe ich von meiner Herrin geborgen? Was? Mein Freund, wie abgemacht habe ich von meiner Herrin geborgt, was ich konnte. Doch es wird immer schwieriger. Ich hoffe, du verlangst nicht noch mehr, um mir meine sichere Ausreise aus der Stadt zu verschaffen. Wenn ich entdeckt werde, dann wandeln wir beide in der Wüste für immer. Okay. Wieso ist die Schriftrolle jetzt da hinten? Naja, egal. Oh. Oh. Eie. Toll. Oh. 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 Offensichtlich. Auf einer Insel südöstlich von Kokodopolis, fließt ein Fluss mit einer unnatürlichen Farbe. In der Nähe findest du die Ursache und ich bin immer, äh und ich bin im Inneren des einzig, einzigartigen. Okay, was auch immer das jetzt heißt. So, wir haben einen Schatz. Den holen wir jetzt auch noch, weil es alles etwas länger gedauert hat als geplant. Deswegen holen wir uns den Schatz noch. Ach, Bayek, du musst nicht gleich die Wände hochgehen. So. Ne, lass mal. Nicht so rassistisch hier, hallo? Lopp. Sehe ich genauso. Hup. So. Zeh nur, wo ist er? Da. Ja. So. Lütsch. gehe ich hier schon mal nicht her könnte mit der luft knapp werden obwohl ich kann einfach raus eine schnellreise raus machen haha gut das 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 haben wir hier ist nichts ja und was gut dann machen wir es von hier aus oder was denn was besseres nein einfach schnellreise raus ok und ich würde sagen das war's für heute beim nächsten mal machen wir weiter und ich sag erstmal bis dann und macht's gut tschau